Musik Wir spielen heute Wer von euch? Wer ist lustiger? Ja, Uneinigkeit, hallo. Es geht um Punkte, ich will es noch mal kurz sagen, wer ist öfter bei den Physios? Okay, Uneinigkeit, sehr gut. Wer ist der bessere Autofahrer? Nee, Jungs. Ganz ehrlich. Seid ihr schon mal miteinander gefahren? Ja, das sind wir auch schon. Ich bin der aggressivere Fahrer und der gemütliche Typ. Oder der besondere Fahrer, oder? Genau, genau. Wer von euch ist die größere Diva? Diva. Die größte? Diva. Die größere. Die größte? Die größte? Ja. Alles andere wäre auch in der Täuschung gewesen. Aber die war es vielleicht falsch. Das ist wichtig. Wer von euch ist öfter am Handy? Ja gut, gibt keinen Punkt. Wer von euch braucht länger im Bad? Oh, okay. Oh. Oh, okay. Okay. Oh, wow. Ja, beide. Selbe Antwort. Ich muss ehrlich sein. Ich muss ehrlich sein. Ich pflege mich halt auch. Ich pflege mich halt auch. Weißt? Du hast ja keine Zeit dafür. Wer von euch ist öfter beim Friseur? Du bist öfter beim Friseur als ich? Du bist öfter beim Friseur. Nee, ich bin aber blau, Alter. Boah, scheiße. Wir haben blau. Ja, nein, kein Punkt. Wieso kein Punkt? Nee, kein Punkt. Weiter geht's. Wer ist der bessere Tänzer? Aber du hast jetzt kapiert, oder? Ja, okay. Es kann nur einen geben, weil ich bin eine typische Schere. Deswegen hast du schon gewonnen. Wer hat den schlechteren Musikgeschmack? Okay. Ich finde meinen Geschmack echt entlaser, muss ich sagen. Diese Frage ist der bessere Musikgeschmack. Ja, kein Punkt. Wer hat den besseren Kleidungsstil? Okay. Das ging schnell. Ja, sehr gut. Ein Punkt. Letzte Frage. Wer von euch beschwert sich häufiger? Nee, seid ihr euch uneinsicht? Sind wir uns uneinsicht? Ja. Echt nicht? Ihr denkt beide, ihr seid. Echt? Ich bin ja selbstkritisch. Ich bin ja selbstkritisch. Ja. Ich muss das sagen. Das ist das schon, ja. Aber es zeigt eigentlich nicht. Es zeigt eigentlich nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Naja. Ja. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020